Um ein wirklich gutes Bier zu brauen, braucht es im Grunde nicht viele Zutaten. Frisches Quellwasser, natürliche Gerste, reinen Hopfen und Erfahrung. Viel Erfahrung. Erfahrung, die zur Tradition wird. Und die noch weiter geht. Viel weiter. Als weltweit älteste Brauerei wissen wir wie kein anderer, wie man aus besten natürlichen Zutaten echten Genuss braut. Denn auch wenn wir laut Reinheitsgebot nur wenige Zutaten für unsere Biere verwenden, so anspruchsvoll ist es, daraus beständig ein Premium-Bier zu brauen. Es gilt zunächst einmal, nur beste Rohstoffe zu verwenden. Wir nehmen auserwählten Hopfen aus der weltbekannten Hallertau. Nicht anders verfahren wir mit der Gerste. Hier vertrauen wir vor allem bayerischen Melzereien, die wir schon seit Jahrzehnten kennen und die für höchste Qualität stehen. Doch damit alleine ist es noch nicht getan. Denn jetzt kommt die individuelle Braukunst ins Spiel. Unsere Braumeister nehmen sich deutlich mehr Zeit beim Ansetzen der Maische und gönnen dem Bier auch mehr Zeit zum Reifen. Dass man Zeit und Ruhe also auch schmecken kann, weiß jeder, der ein Weinstephaner Premium-Bier genießt. Es ist die einzigartige Verbindung von fast jahrtausendalter Tradition und das Wissen um modernste Methoden, die unsere Biere einzigartig machen. Denn dass uns Qualität wichtiger ist als Menge, hat mit unserem Anspruch zu tun, auch in Zukunft nicht nur die älteste Brauerei der Welt zu sein, sondern auch eine der Besten. Ein Anspruch, den Sie Schluck für Schluck genießen können. Wann immer Sie wollen. Prost! Prost!